herzlich willkommen leute zum kurzen ankündigungsvideo und zwar darum heute 20 uhr ich weiß ein bisschen spontan ist ein bisschen stream wieder angesagt wir sind in act 3 machen gerade die echsen festung mit dem inquisitor zusammen da werde ich heute um die zwei stunden denke ich wieder streamen vielleicht am ende eine halbe stunde half stone kommt auf das interesse an wie müde ich bin etc ja das war es dann auf youtube gaming natürlich wie immer die zweite sache ist wie ihr sehen könnt am freitag stream ich ebenfalls dann allerdings nur haus und kein wissen für euch um 17 uhr stream ich dann wahrscheinlich für eine stunde 90 minuten haus und wir werden verschiedene decks machen wir werden gucken dass wir ein paar karten packs irgendwie zusammenkriegen jetzt nicht jetzt keine 50 oder so aber vielleicht 56 kriegen und bestimmt irgendwie zusammen die ich dann öffnen werde wir werden wie gesagt verschiedene deck spielen vielleicht tavern brawl also karten chaos das ist lustiger spielmodus ja ich würde mich freuen wenn ihr zu beiden streams auftauchen würde natürlich allerdings interessiert einheitlich mal alles oder man hat nicht mehr als zeit auf jeden fall ich würde mich freuen ich sag mal dann eventuell bis heute abend ich wünsche euch einen traumhaften tag drei